hallo leute und willkommen beim neuen video von mir diesmal metal helsinger noch mal im 4k aber diesmal mit dem 5800 x jetzt habe ich endlich meine cpu bekommen und habe es gleich getauscht und jetzt ist gleich der erste test fällig ich habe es zwar schon probiert mir gefällt das nicht das hängt immer noch ein bisschen ich glaube da muss irgendeine obs einstellung sein oder so aber ich komme jetzt nicht drauf aber ich will es euch jetzt trotzdem mal zeigen cpu habe ich automatisch ein bisschen übertaktet bloß 0,2 naja aber es läuft eher auf 4,5 die cpu ist die ist der hammer echt sonst habe ich die ganz normalen tuning einstellung von meiner grafikkarte wie letztes mal genau ich will jetzt nur nicht den fps ding da rausblenden bevor man wieder nichts sieht ich glaube die musik wahrscheinlich im bios noch mal aktivieren vielleicht hat das mit dem cpu tausch zu tun gehabt aber gut ist ja kein thema was sonst dann schauen wir gleich mal rein jetzt habe ich auch den sound etwas runter gestellt damit mich auch besser hört 4k alles auf ultra schauen wir mal rein schau mal wie weit ich diesmal kommt nicht letztes mal war ja es war eher mehr glück als gilt 3k alles auf 1k 2k 4k 3k 4k 3k 4k 4k 5k 5k 10. Jetzt werde ich dich entschuldigen. Die Musik gehört mir, und mir allein. Du wirst niemals aufstehen als Hellzinger so lange wie ich lege. Was ist, etwas war's. Ich meine, Judd sagte alles, aber es war einfach nicht richtig. Nein, ich bin nicht Angst, die Prophezei. Das Heaven? Du schiefst. Aber für die Hölle, ich werde dir glauben. Jetzt! Lend mir deine Hilfe, und ich werde dieses Aufstart in ihr Platz setzen. Im Namen der Hellzinger, werde ich mich auf Dissolution stellen. Die CPU-Taktrate ist auf 4,5 GHz, Wahnsinn. Schon Hammer. Und sollte euch das Video gefallen, könnt ihr mir auch ein Like und ein Abo da lassen. Und natürlich auch gerne Kommentare, die mich sehr freuen. Wegen mein Equipment, das steht wieder in der Beschreibung, was ich alles nutze. Die Musik ist auch der Hammer in dem Spiel. Ich bin jetzt nicht zu dem Metal-Fan, aber es passt einfach. So, dann gehen wir mal los. Die Sache ist, dass wir wirklich nicht wissen, was wir gegen den Nihil waren. Ja, wir haben den Takt-Takt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab nichts zu tun. Ach du meinst, das ist der blütste Bossfight überhaupt. Naja, das sollte er erst bereichen als Test. Ich weiß selber, das war echt schlecht.